Hallo zusammen, hier ist wieder Eutschela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening Video. Wir wollen nämlich wieder insgesamt 5 Paragon Kisten aufmachen. Und dazu war ich wieder fleißig, habe die ein oder andere Quest und World Quest erledigt, um den Ruf hochzuballern. Und dementsprechend haben wir wieder ein paar Kisten. Wir haben nämlich eine Venture Kiste, dann eine von den Night Fee, eine hier von den Necrolords und eine von den Kyrianern. Und dann noch eine fünfte hier ebenfalls von den Necrolords, denn da bin ich im Moment quasi beim Covenant der Necrolords. Und dann kriege ich ein bisschen mehr Ruf, dementsprechend kriegen wir da auch immer schneller eine Kiste oder dann halt in dem Fall auch zwei zusammen. Ich würde sagen, wir fangen mal an, starten hier vorne mal bei der Venture Kiste und schauen, was wir drin haben. Oh, wir haben ein Pad rausgezogen, wunderbar. Ja, ein Pad gab es, 3500 Gold hat es gegeben und ein paar Sündensteinfragmente. Das ist auch eine schicke Sache. Pad haben wir eingetütet, das können wir einmal lernen. Muss ich mal gucken, was wir sonst noch aus der Venture Kiste raus brauchen würde. Wo haben wir sie? Hier kann ich es nämlich sehen. Haben wir jetzt alles aus der Venture Kiste? Hat nur noch das Pad gefehlt. Oh, das sieht gut aus. Dann haben wir die nächste Kiste und zwar Vorräte der Wilden Jagd. Das ist die Nightfield Kiste. Da brauche ich noch ein Pad und einen Mount raus. Mal gucken. Da haben wir nur 3500 Gold gekriegt. Ganz schön traurig. Dann haben wir hier die Vorräte von der Unvergänglichen Armee. Das ist die Necrolord Kiste. Da brauchen wir, glaube ich, noch ein Pad und ein Toymus. Das Mount haben wir das letzte Mal bekommen. Also da hatte ich Luck. Machen wir auch die mal auf. Auch da ist nur Gold drin. Und dann haben wir die Vorräte der Aufgestiegenen. Ich glaube, da habe ich mittlerweile schon alles, oder? Ich habe zwei Toys bekommen, ein Pad. Vielleicht kriegen wir ja nochmal ein Pad. Auch nichts drin. Okay, also gut. Das waren jetzt einmal ein Pad und dreimal nichts. Dann machen wir jetzt hier noch eine Necrolord Kiste auf. Mal gucken und auch wieder nur Gold. Oh boy. Meine Drop Chance hat mich ein bisschen verlassen. Aber zumindest ein Pad haben wir gekriegt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und jetzt gucke ich nochmal, was wir overall brauchen. Im Endeffekt von der Hof des Erntas und von den Aufgestiegenen. Da brauche ich nichts mehr. Da kann ich halt jetzt noch Pads rauskriegen, die man eventuell verkaufen kann. Und wo ich halt noch was brauche, ist dann eigentlich die wilde Jagd. Da ist halt ein Mount und ein Pad. Und hier, das müsste ein Pad und ein Toy sein. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig, aber ich meine, ein Toy und ein Pad müsste das bei der Armee sein. Aber hier wilde Jagd habe ich bald wieder eine Kiste. Da sieht es auch nicht schlecht aus. Und ja, ich würde sagen, ich farm wieder ein bisschen Ruf. Und dann sehen wir uns wieder, sobald ich quasi wieder ein bisschen was an Kisten habe. Im nächsten Fall wahrscheinlich auch wieder fünf Stück. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr schon rausgezogen habt. Hattet ihr Glück mit den Kisten? Ich habe jetzt insgesamt fünf aufgemacht. Muss sagen, 15 habe ich jetzt insgesamt aufgemacht. Das ist ja der dritte Teil. Dementsprechend ein paar Sachen habe ich schon bekommen. Mich würde interessieren, was ihr schon rausgezogen habt. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao.